Musik Hallo liebe Wanderfreunde, ihr kennt mich, ich bin Marco vom Kanal Strauß Wanderlust. Heute gehe ich die letzte Tour für 2019 und zwar den Kierberger Rundweg. Er ist etwa 18 Kilometer lang und wenn ihr wissen wollt, wie dieser so ist, dann kommt mit. Musik 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 Hallo und guten Morgen Heute haben wir den 29. Dezember und ich mache wohl meine letzte Tour für 2019 Wart ihr zwischen Weihnachten und Silvester auch draußen? Ich weiß, wir haben jetzt das zweite Wochenende im Juli aber vielleicht wisst ihr es ja noch, wo ihr wart Musik 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 etwa zwei bis drei Kilometer, dann bin ich auch schon wieder am Auto. Die Tour hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Da war alles dabei. Schmale Wege, breite Wege, eine Ruine. Alles, was das Herz begehrt. Richtig prima. Nur die Beschilderung. Ohne Navi hätte ich mich da verlaufen. Schade, der Weg scheint anscheinend nicht mehr gepflegt. Naja, was soll's. In diesem Sinne bedanke ich mich wieder, dass ihr reingeschaut habt. Wenn es gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch, sowie über Kommentare sehr freuen. Also, bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Hallo und guten Morgen. Heute haben wir den 29. Dezember. Ich weiß, es ist diese... Hallo und... Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.